Das ist nicht nur das Handy in den Ausrüstungsbeständen. Ach, da hat er doch pinke Torte. Dankeschön, Hans Curry. Ja, natürlich könnt ihr sehen, was ich spiele. Ach, Mann. Durch den Rejoin habe ich noch eine Pause im Pausen-Stream. Den Paprikapopper, wenn, solltest du morgen mal essen. Paprikapopper, was soll ich essen? Warum soll ich Paprikapopper essen? Lies dir doch mal durch, was der Paprikapopper kann. Der Name klingt schon schlecht. Das ist irgendein Paprikagericht und das sorgt dafür, dass du die Hofarbeit schneller machst und schneller laufen kannst. Aber doch nur für einen Tag, oder? Nur für ein paar Stunden, aber das hilft beim Ernten. Ach, brauche ich nicht. Die kann man ja unendlich oft herstellen, die Dinger. Die habe ich doch nur geschickt bekommen. Pepparoni und irgendwas. Die habe ich doch nur geschickt bekommen. Ich bin ja jetzt gespannt, was passiert, ob du einsteigst. Gibi, 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 gibi. Ja, wir sind doch alle schon zusammen hingefahren. Ach, stimmt. Ja, ich wollte sagen, wir waren schon in der Wüste alle zusammen. Ja, eben. Deswegen bin ich auch nicht so gespannt, dass ich da gerade mit muss. Gehe jetzt Häuschen bauen. Ich kümmere mich um unser wohlverdiente Häuschen. Gibt es hier noch ein zweites Upgrade fürs Haus? Ja, gibt es. Aber vorher kriege ich mein erstes. Ich kann ja mal testen, ob das für alle geht. Das wäre nicht zickig. Nein, das wirst du nicht, ob es für alle gilt. Dann wissen wir, dass es nicht für alle gilt. Hütte aufwerten. 50.150 Stücke Hartholz. Eigentlich hätte ich das trotzdem nicht beantworten dürfen. Das ist ein Spoiler. So, Hühnerstall. Ich beantworten das, weil ich mein eigenes Haus will. Und er weiß selber, dass es nicht für alle gilt. Wenn das erste nicht für alle gilt, geht das zweite auch nicht für alle. Komm, jetzt kommen wir nicht mit Logik. Ja, das ist das bei Videospielen nicht so. Dann spielst du bitte Videospiele. Oh, shit. Wo passt es? Du bist ein starker Felix. Ihr wahrscheinlich, oder? Und hacken mit meinem Schwert auf dich ein, weil ich zu viel Angst habe, an die Slimes ranzugehen. Wie war das bei Juklitz? Ich habe mich morgen früh am Anfang an deinem neuen Hofgebäude hier stolz zu arbeiten. Und wie ist dein? Du musst auf das Plus-Ding achten, ne? Ja. Ich weiß nicht. Oh, guck mal, das ist das mit Herzchen und eins mit Ausrufezeichen. Cool. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch noch nie. Mal das Herzchen mit Ausrufezeichen. Weitergelaufen. Warte, 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 warte. Komm, Slime. Ich will jetzt wissen, was sie machen. Die machen jetzt Slime-Sex. Ich weiß nicht, das eine hatte jetzt so ein Herzchen und das andere hatte ein Ausrufezeichen. Ah, frag ich, ich hasse das. Ich hasse mein Schwert. Hailey will... Hübschen, der will Mais haben. Aha. Cool, ihr redet, ihr hört es. Läuft. Oh, wir haben den Geburtstag von dem grumpigen alten Mann verpasst. Oh mein Gott. Schrei mal nicht so rum, Felix. Schrei mal nicht so rum, Felix. Schrei doch gerade nicht. Du hast gerade laut vage schrien. Ja und, soll er wu schreien? Ist dir das lieber? Wusa, muss er sagen. Da kam ein Fein. Wusa. Da habe ich Angst. Tut mir leid. Wuuuza. Also diese Torte ist eigentlich vollkommen idiotisch, weil die gibt mir mehr Gesundheit, als ich gesamt haben kann. Die sollten wir vielleicht eher später verwenden. Wuuu. Ja, das ist ja. Und jetzt erst mal so, als die ersten, wenn es kurz vor knapp kommt. Das ist ein Baby-Slime. Die hatten gerade Sex und wir haben es verpasst. Habe ich doch gesagt, die waren Slime-Sex, aber hatten mir ja kein zugehört. Nee, das habe ich vor dir schon gesagt. Ja, 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 ja. Jetzt wieder rausreden. Was ist das? Was ist das? Ich bin ja wenn, ich zick rum. Bap, 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 bap. Stimmt gar nicht du, weil du es rumzählst. Du hast angekündigt. Ich habe gesagt, ich zick rum, wenn ihr irgendwas nicht macht. Ihr habt es dann gemacht. Achso, genau, wenn ich mein Haus nicht kriege, dann habe ich gesagt, zick ich. Hast du gerade Schaden genommen oder ich? Ich auch. Hier an den Bäumen ist, oh Gott, das ist schon wieder, aber es ist ja jedes Mal ein Brief. Pass auf. Die Großen sind gar nicht, es geht mein Fernseher gleich aus. Der Brief zum Beginn des dritten Jahres so von wegen, den habe ich jetzt jedes Mal, wenn wir spielen. Aha. Ich glaube, ich habe ja kein einziges Mal bekommen. Du bekommst jetzt einfach alle von uns oder so. Du bist jetzt einfach immer wieder da. Meine Fernbedienung für den Fernseher ist verschwunden, das ist vorletzend. Kann ich mir vorstellen. Seit drei Tagen muss ich immer an den Fernseher gehen, um irgendwie was zu gucken. Hast du unter dich geguckt? Ich sitze nicht drauf. Sag es nicht. Bist du dir sicher? Was war das? Das heißt, so ein Viech kommt jetzt. Das Geräusch, oder? Naja, bei mir. Oder sie haben mich nicht gekossen. Bleiben wir noch zusammen oder willst du, sollen wir bitte oben stehen? Nee, ich stand da nur rum, weil ich den Fernseher anklicken musste, damit der Bildschirm nicht automatisch ausgeht. Ich sage doch, heute ist die Technik einfach. Oh, wie viele von den Viechern kommen denn da? Bist du tot? Sehr schön. Ich habe mir 45 auf einmal abgezogen. Ich darf nur nicht sterben, dann bin ich noch frustrierter. Ich auch. Null. Seit wann ziehen die in einem 45 auf einmal ab? Wir sind viel zu früh da. Wir müssen noch ein bisschen normale Miene gehen. Danke, Dürmer. Genau dafür ist dieser Scheiß-Alert gedacht. Oder was ich da eingerichtet habe. Hast du so einen Fail-Sound drin jetzt? Ja, ich habe einen Fail-Sound drin. Sehr schön. Guter Chat bei dir. Guter Chat. Aber cool, ich habe das Iridium verhalten. Und ich habe mein Schwert. Hast du noch dein Schwert? Ja, ich habe mein Schwert noch. Ja, mal hin einfach. Es wäre jetzt auch ungünstig, wenn mein Schwert verlieren würde. Ich habe noch ein bisschen Melonensaft. Hast du schon gehört, Lumi, da der alte Stadtbus funktioniert wieder? Ach, nee. Wo bist denn du jetzt? Nee, jetzt sind wir in der Stadt. In der Stadt kommt ihr da raus. Ich dachte, ihr kommt dann in... Dingens raus, hier am Haus. Nein. Nee, nee. Angere mir noch ein bisschen, würde ich sagen. Ja, ich würde jetzt auch tun. Duckstein eingehen. Duckstein. Duckstein, Duckstein. Alles muss versteckt sein. Nee, nee. Das muss versteckt sein. Ich weiß. Verstückt sein. Verduckt sein. Alles muss geduckt sein, geht aber wieder. Friede ist an den Käse, redest du? Ich? Friede Käse? So ein Quatsch. Meine Toten hat es mir sogar behalte. Also eigentlich habe ich gar nichts verloren. Wir brauchen noch Schwertsinn verloren. Manchmal hat man halt auch Glück, dass man nicht irgendwie was Schlimmes verliert. Forellenbarsch. Das Tolle ist ja, ich habe drei Iridiumerzen noch gerettet. Also gerettet, kriegt die auch immer. Was geht du wieder? Nichts geht. Ich bin gestorben. Was rennst du hier so rum, Lotta Bell? Entspann dich mal. Sie sind ja voll am Party machen, die... Lotta Bell? Ja, die Kuh rennt hier wie rein. Okay, die kommt irgendwie nicht... Warum kommst du nicht in dein Haus rein? Komisch. Die rennt immer wieder hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, als ob sie ins Haus wollte und nicht rein darf. Oh, die Penny ist auch selbstmordgefährdet. Vielleicht heirate ich die. Warum ist die Penny selbstmordgefährdet? Ich bin sehr unglücklich. Ich habe gerade gemeint, sie liest so gerne Bücher, weil sie da der Realität entfliehen kann mit so einem traurigen Gesichtsaustrück. Geht gerne mal bei der Realität entfliegen kann. Mais für Hayley. Dann hast du eine sehr angenehme Arbeit. Bei meiner Arbeit kann ich der Realität nicht entfliehen. Da treffe ich sie bitterer als je zuvor. Ja, bei mir sehe ich halt... Aber ich habe keine Felszlacht. Musst du wieder jemanden wiederbeleben? Nein, ich muss ja nur beibringen, wie man wiederbelebt. Ich belebe ja nicht wieder. Ja, irgendwann wirst du auch mal jemanden wiederbeleben müssen. Dann habe ich meine Kamera gekonisch eingestellt. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass diese Situation niemals kommen wird. Ich weiß zwar, wie es geht, aber Bock drauf habe ich nicht. Ich habe schon eine Leiche im Auto liegen sehen, aber ich konnte ja auch nie helfen, weil der Motor war dort, wo das Lenkrad war. Also da war auch nicht viel mehr mit helfen. Ja, solange der Notarzt gerufen ist. Das haben die anderen gemacht. Ich stand unter Schock. Ach, du meinst das mit dem Milchwagen oder was? Das klingt ja niedlich. Ja, wo der Milchwagen in den Gegenverkehr gefahren ist. Müller Milch, Laster. Oh, fuck. Meine Mutter hat bis jetzt bis jetzt meine Mama sowas irgendwie verarztet. Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin so glücklich. Also das meiste, was ich bisher gemacht habe, war einen Fremden, eine stabile Seitenlage zu legen und den Notarzt zu rufen. Ich habe ein neues Achievement bekommen. Sehr schön. Ja, klingt, klingt heftig, Döns, oder hast du recht? Das erste Mal, dass ich den Toten gesehen habe. Sagen wir mal so, meine Mutter hat schon jemanden aus einem See rausholen müssen, weil die wahrscheinlich die Frau, die da gerade geschwommen ist, einen Herzinfarkt hatte. Oh, fuck. Und sie hat so gesagt, also Pseudo-Rettungsschwimmer haben wir für sie versucht rauszuholen. Bzw. erst mal über Wasser halten und dann so gerufen, weil da waren noch Bekannte am Seerand, die hatten ein Boot. Und dann haben sie nur noch versucht, wiederzubeleben. Und der Notarzt kam auch irgendwann, aber das hat alles nichts geholfen. Du kriegst das nicht mit, ob das was geholfen hat. Ne, doch, weil der Notarzt hat gesagt, nee, hat nicht geklappt. Und dann haben sie einen Leichenwagen gerufen. Was ist denn mit dem kaputt? Warum? Was soll man sonst machen? Also in der Regel versuchst du wiederzubeleben, bis der Notarzt kommt. Ja, genau. Und dann hat er Notarzt noch versucht, wiederzubeleben. Und der hat auch gesagt, ist nicht mehr. Hat nicht funktioniert. Der hat auch mit hier Elektro und alles versucht. Ging nicht. Nitrospray und sowas. Bei uns hat er nochmal gesagt, solange die Rippen nicht brechen, kann es generische Herzmuskel, äh, Herzdiskulatur, wie nennt man das? Herzmassage gewesen sein. Die Rippen brechen nicht. Das ist ein Gerücht. Also tatsächlich ist es so, dass du, ähm, du hast, na gut, jetzt kann ich euch das nicht zeigen, weil ihr habt kein Bild, aber du hast, du hast vorne, die Rippen sind so leicht gebunden und die sind an dem, ähm, Knochen da in der Mitte dran mit Knorpeln. Und was bricht, wenn du vorne drauf drückst, ist die Verbindung zwischen den Rippen zu dem, ähm, Knochen in der Mitte. Und dieser, also das bricht nicht, sondern der Knorpel löst sich halt und es gibt so ein knackendes Geräusch, aber der heilt innerhalb von zwei, drei Wochen ab. Äh, also es bricht, ist kein richtiger Bruch in dem Sinne. Es knackt halt. Es knackt halt. Es gibt so ein knackendes Geräusch, wie wenn man so die Hände knacken lässt, ich kann das gar nicht. Ähm, und das passiert, genau das. Aber das Knacken passiert immer. Also das, äh, ja. Ja, daran muss man sich quasi gewöhnen. Lustiger Funfact, ich kann das mit meinem großen Zeh die ganze Zeit. Klingt nicht so gesund. Ich kann das gar nicht, mit gar nichts. Ich versuch's immer bei meiner Freundin, ja, die zieht dann immer die Finger weg. Das kann ich natürlich auch verstehen, dass sie das macht, das würde ich ja auch machen. Neun Rekord in Schwarzbarschlänge. Du brauchst das noch nicht immer, äh, so zur Faust machen und dann, äh, knacken, sondern du kannst den Finger einfach so seitlich ein Stück drehen, dann knackt das auf. Seitlich drehen klingt eklischer als zur Faust machen und knacken. Das klingt alles eklisch, was er da gerade erzählt. Finde ich nicht. Ich hab mir gerade so gedacht, hm, jetzt noch ein bisschen was essen. Ich hab so manchmal, ich hab so manchmal auf längeren Autofahrten, wenn ich ein bisschen, äh, ja, du musst ja im Auto, du kannst dann nicht in dieser ganze Zeit, in dieser Wohlfühlphase hocken, dass du das Gaspedal komplett durchtrittst und das Bein komplett lang ist, weil du musst ja, wenn du mal bremsen musst, musst du ja voll draufsteigen können. Und das kannst du nicht, äh, für, äh, Dinge in der Zeit nicht. Und wenn ich aussteige und nach einer längeren Fahrt, ähm, ich mein, wenn ich mein rechtes Knie, also wenn das rechte Knie länger im gewinkelter Position war, dann fühlt sich dann das Heil richtig komisch an, wenn ich dann aussteige und mein, huch, mein Bein kurz, äh, ausschütteln, dann macht er sich, also es macht mich knapp. Das ist seltsame Gliedmacher. Felix ist generell seltsam. Das stimmt. Das würde ich mal so behaupten. Denkt an die Zeit? Ich bin schon noch nicht. Ich nicht, ich angle noch ein bisschen. Oh. Warum ist das Duckstein so übelst schäum, ey? Duckstein, Duckstein, alles muss geduckt sein. Komm, mein, mein Chat stimmt dir zu, Felix. Der Dömser kennt das auch. Mit dem Knie beim Autofahren. Ach so, ja. Mein Knie tut mir bloß weh beim Autofahren, wenn ich den Sitz falsch einstelle. Mein, 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 bei mir ist da gar nichts. Mein Körper ist zum, zum Sitzen im Auto geboren, keine Ahne. Hatt ich bei mir tatsächlich eine Fahrschule, wo wir, wir haben, ich hab die vier Stunden oder so, die Autobahn machen muss, direkt am Stück gemacht, nach zwei Stunden hat mir mein Knie übel weh, da haben wir eine halbe Stunde Pause gemacht. Mhm. Okay, krass. Und dann ging's wieder, also ein bisschen auf dem Rastplatz rumgelaufen und so, dann ging's wieder. Aber vier Stunden finde ich auch mächtig in der Fahrschule, also. Naja, da kannst du halt normalerweise machen, so zweimal zwei Stunden. Und der hat halt gedacht, wir können's auch am Stück machen, wenn ich hab Zeit. Na gut, machen wir halt am Stück. Wusste ich ja nicht, dass mir das so weh tut, sonst, ich bin doch nicht so lang gefahren, ja. Ich find's ja allen geistig sehr anstrengend, vier Stunden zu fahren, also dass man das in der Fahrschule macht, wo man's ja noch nicht mal gewöhnt ist. Ja. Hat er mir halt zugetraut. Naja, ich hab ja nicht einen Tempomaten, das ist noch besser. Oh, Kampfstufe 7. Plus fünf Lebenspunkte. Das hast du schon bekommen beim Sterben? Auch für süchtig. Wenn ich sterbe, werde ich stärker. Das glaube ich dir nicht, Lumi. Das war aber nie beim Jinger oder so stirbt. Wenn er eine Nahtoderfahrung hat und wenn er dann... Ja, auch wenn er stirbt und wiederbelebt wird. Ja, aber so oft sterben die ja nicht. Und meistens trainieren sie ja dann im Jenseits und sind allein deswegen wieder stärker. Ich fand ja immer geil, dass Kakarot so hieß, wie er hieß und ich hab immer Karotte gelesen, wenn ich das gelesen hab. Es ist doch eh irgendwie Vegeta, ist er Gemüse an sich und... Denkt dran, morgen... Denkt dran, morgen ist, äh, ist das, ist die Geisternacht. Geisternacht! So, ich hab einen Scheck von 500 Chi, das Sterntauler Agrarfonds beigelegt. Also wurde mir beigelegt. Lieber Herr Ben, letzte Nacht hat sie einen Julia-Mitarbeiter. Achso, ja, nee. Boah, 1000 Gold? Direkt, weil ich einmal auf unserem Struck ein... Einer an, unser lieber Ben ist draußen eingependelt. Aber weil ich einfach unserem Grundstück einschlafe, ist doch lächerlich. Ja, wenn du im Haus einpennst wirst du... Also ich hab noch eine Erinnerung... Man, du hast schon einen Frösten in der Luft gespürt. Oh, es ist Louis, ne? Das ist das mit der Geisternacht. Könnt denn der Einzug des Winters sein? Das muss Benni vorlesen. Oh, du musst Knüppeln eines dunklen Geistes. Ne, macht Lumi jetzt. Ich kann's nicht vorlesen. Ich hab das schon weggedrückt. Ah, du machst das viel besser als ich. Das hättest du machen sollen. Du warst schon dabei, und da hab ich's weggedrückt. Ich geh mal kurz, äh, eine düfteln. So, und ich geh jetzt in die, in die normale Mitte. Und guck mal, dass ich für den Ben ein Schwert finde. Guck mal, dass du für mich ein Schwert findest. Ja. Saatgut war rechts oben, da packen wir das mit dazu. Die Zufallssaat. Da die ja völlig irrelevant ist. Jetzt wurde gesagt, Minereien verkaufen, oder? Verkaufen halt Minereien. Wir können's ja auch verschenken, aber wir verkaufen die halt immer. Gehst du zufällig in die Stadt, Ben? Bestimmt mal, weil ich muss ja noch die Tiere. Den Tieren muss bloß unten kaufen. Okay. Warum? Du könntest mir dann sagen, ob's ne, ne Quest gibt für, für die Mine. Ich hab nämlich jetzt vergessen, den Umweg zu laufen. Musst du mal selber gucken gehen. Nein, wenn du eh in der Stadt bist, kannst du's mir sagen, oder so. Erstmal muss ich hier ernten, alles. Ja, lass dir Zeit. Alles, kein Stress. Alles, kein Stress. Jetzt entspannt, Mann. Zieh mal durch. Ja, chill dich mal. Du bist doch derjenige, der bei den Spielen nichts erreichen, ne? Kurz tief einatmen. Ganz tief einatmen. Wieder ausatmen. Langsam. Jetzt bin ich dem Gegner ausgewichen, ohne dass ich das wirklich gemerkt hab. Da kommen die Dota-Reflexe raus. Dota-Reflexe sind unglaublich schlimm. Immer wenn ich eine Sekunde lang meine Finger von der Tastatur nehme, wollen sie sich automatisch auch wieder auf Q-W-E-R legen. Und nicht auf die normalen Lauftasten. Ist ja, dass der Vorteil, wenn man alles mit dem Controller spielt, was man viel spielt, da gibt's einfach nicht so die un-, also die besonders typischen Tasten für ein Spiel. Doch, irgendwie schon. Also ich hatte, ich hab ja eine Zeit lang Risen 3 und Assassin's Creed Black Flag parallel gespielt. Und das war echt anstrengend, weil da die Renntaste und sowas immer unterschiedlich lag. Ja, gut. Aber beim Autorennen ist halt ein Autorennen. Die sind fast immer, also die sind sehr, sehr ähnlich, zumindest von der Steuerung immer. Na gut, okay. Da kann ich nicht mitreden. Ah, nein. Der hat jetzt ein Goldbarren gebracht. Hatte ich sonst auch nicht davon abgehalten. Hm? Nix. Alles gut. Du lässt das in deinem Chat über mich? Ich lässt das nicht über dich. Ich lässt das mit dir. Mit mir über mich? Ne. Einfach nur mit dir. Ja. Ich sag... Ich lässt das nicht in meinem Chat. Ich sag das eigentlich schon laut, ja? Ja, 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 ja. Äh, Herbst sag mal. Ich bringe noch ein bisschen Weintrauben auf. Wir haben nur sechs Weintrauben. Hier auf jeden Fall noch. Ich bringe noch ein paar mehr rein. Da haben wir noch mal genug. Ding, 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 ding. Verkauf mal. Verkauf mal. Verkauf mal. Wow. Und aus dir mach mal Samen. Ich muss das nächste Woche leider ausfallen. Oh. Warum? Ja, ich bin nicht da. Die ganze Woche nicht? Ich bin ein Putt, ja. Im Prinzip schon. Wie kannst du das nur mit deinem Gewissen vereinbaren? Ich will halt mal was erleben. In real life. Aber das ist doch hier das echte Leben. Du spielst im echten Leben mit echten Menschen ein Videospiel. Ja, das stimmt. Möchte ich nicht widerstreichen. Die Argumentation ist auch völlig nachvollziehbar, oder? Ach, ich finde das mit der Unterscheidung von real life und gaming sowieso immer ein bisschen albern, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem wissen die meisten Leute, was damit gemeint ist. Ich nicht. Du hast mir gerade widersprochen. Ich widerspricht aber auch real life. Moment mal. Eine von unseren Kühen hat sich versteckt. Schweinerei. Dingst du dran, dass du genug Gras erntest für den Winter? Ich glaube bei uns ist es komplett voll. Beide? Ja. Sehr cool. Soweit ich weiß. Vielleicht müssen wir dann doch nicht mehr so viel Gras wachsen lassen, sondern können auch mal ein bisschen mehr anpflanzen im nächsten Frühling. Hehe, Gras wachsen lassen. Lustig. Nicht. Nicht jeder denkt da an Cron. An wen? An Cron. 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 ist noch nicht fertig ich habe die lila hose vom bürgermeister gefunden wir müssen uns im schlafzimmer ja ich kann das noch gar nicht kaufen und so steinig fertig ist damit ich vielleicht denken können unser hühnerstall ist noch nicht fertig kann ich noch keine hühner kann noch gar nichts kaufen weil wir haben nur ein kuhstall alles andere kann ich nicht kaufen aber schweine aber nicht die kommen war man den kuhstall rein ja aber darf ich nicht kaufen erweiterten nein nein vor dem erweiterten und alles kriege ich mein geileres haus ich möchte mich kochen du wolltest du schon längst gekauft haben wir einfach hin und kaufst du geht ja nicht alles voll ausbauen von den stellen weil ich das dann selbst nein mein haus lumi ist zickig hast du doch vorhin gehört was bringt die technik nicht läuft was bringt und frauen kompensieren das wenn irgendwas kacke läuft dann kompensieren frauen einfach nehmen sie irgendwas kaufen meine freundin macht das ja wenn eine freundin schlecht gelauntes geht sie shoppen ja zumindest geht es in den katalogen rum ja und was macht sie wenn sie wenn sie geschichte launt ist weil sie kein geld in katalogen blättern außen hat sie das glaube ich noch nicht gehabt den fall so richtig hier ist ein pilz nest was haben wir bei mp einkaufen kann es gleich für mich eine winterjacke mit bestellen ich habe gar nicht genug geld um shoppen zu gehen wenn ich mich scheiße fühle kann ich doch in der schocken schokolade kannst du sagen das ist aber nicht shoppen shoppen wo man sich den uralte sammeln das kauf was man nicht auf ist ja klamotten technische gegenstände geilen scheiß halt früh shoppen eben für dieses energie tonikum eigentlich 1000 dollar und dann kannst du es dir kaufen ob das kann man gar nicht herstellen wo ich könnte mal so ein kriegerring oder sowas herstellen oder den ring von joba aber der kriegerring den geiler durchflutet den träger gelegentlich mit kriegerenergie nachdem ein monster erledigt wurde gelegentlich aber lieber den vampir ring habe ich aber noch nicht dann ja auch noch nicht bauen das wollte ich denn jetzt eigentlich nach gucken auch immer als energie tonikum herstellen das kann ich noch gar nicht herstellen das musst du kaufen das kann man doch irgendwie auch machen ein lebens elixier kann ich erstellen wo ich aber morcheln und piffer länger hat die profis dann konnte man auch irgendwie das mit denen auch nach euch das gebiet und jetzt wo ich fast kein leben mehr ich habe die nie wieder sterben ja ich bin ja schon weg die weg zurück nicht sterben so ist nicht sterben gehen nicht sterben hast du gehört nicht sterben muss ich vorbeikommen junge dame ich bin schon längst außerhalb der mine muss ich dich an den den ohren und den haaren hier wieder nach hause zu haben ich bin schon längst immer wollen bist du abends noch party machen gehen mensch der mine hat gar keine zöpfer oder das gehört in den haaren und selbst hat keine geredet kann auch an kurzen haaren leuten ziehen ja das geht sogar sehr gut das tut vor allem mehr weh ja ja was da bräuchte ich mal eine kurze erklärung das klang so wie als wärst du extrem geil drauf nein lumi ist auch nichts geil wir sind ganz unschuldig ist noch jungfrau sexuell hat eigentlich irgendjemand geburtstag heute das gefühl ich habe vorhin geguckt da habe ich doch gesagt das ding ist georgia passt zusammen dann war nichts mehr bis ende herbst ein geburtstag nur morgen das ist fest das fest okay jetzt gucken wir noch mal aber wirklich alle von mani flirtet hier mit louis ja und gleichzeitig hat das die hose bei ihm wirklich sagen die haben doch schon was am laufen entspannt in der kneipe zu sehen es ist gut für dich hin und wieder eine pause wir haben vier in dem er ist 480 von 480 moment das andere sie das muss eigentlich auch voll sein der 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 krieg ist jetzt kurz vorwecken gewesen genau beide die los sind komplett voll sehr schön alle voll gestorben und ich bin auch voll irgendwie läuft es mit euch schleppender als wenn ich alle im spiel ich war übrigens nicht in der stadt und so habe ich irgendwie gemerkt bin ich bis dahin gekommen kein problem aber felix alleine hast du nicht so schöne sprechpartner wir lesen noch so schön vor nein nein ich habe keine küche in meinem haus wenn du eine küche hast kannst du alle möglichen leckeren mahlzeiten zu bereiten das ist mir durchaus klar ich nehme meine küche ich erlaubst dir du darfst aber du könntest dann für uns beide einfach mal machen und hat sich die pepper dinger nicht einmal aber du kannst du die für dich nehmen ich brauche hier nicht ich ernte ja nicht so viel wie du aber du läufst schneller ja das stimmt also es gibt noch viel geilere sachen wir haben doch so eine große rezeptliste mit langen skelettschwanz gefunden habt ihr auch ein skelettschwanz kein skelettschwanz und da kann nicht mehr darüber aus dem normalen schwanz ich habe ein fleischschwanz zwei idioten ein gedanke ernsthaft du hast sie quasi gleichen spruch gebracht war er nicht du hast ja wirklich gar nichts es war beides gleich schlecht guck auf die zeit jungs und mädels und ja ich spreche ich beide mehr zeit an so fett bin ich jetzt auch du darfst dich fühlen wie möchtest so hier ist noch mal mit ding ist fertig käse aus der noch mal käse so ohne geschlafen hallo bis jetzt bin ich auch derjenige der die sound am meisten benutzt meine 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 dafür mag ich die zu sehr also das party horn höre ich selber gerne das dürfen sie ruhig benutzen ja